Die Moving4Life Eco-Driving Challenge in Kooperation mit KlimaAktivMobil stellt die zahlreichen Vorteile der Elektromobilität in den Vordergrund. Elektrofahrzeuge haben zwei ganz ganz große Vorteile. Das eine ist einmal, dass sie wesentlich effizienter sind als herkömmliche Benzin- und Dieselfahrzeuge und im Faktor 3 auf jeden Fall effizienter. Dazu kommt aber noch dass wir bei den Elektrofahrzeugen Energie aus erneuerbaren Energieträgern verwenden können, sprich aus heimischer Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse und dergleichen. Mit einer sparsamen Fahrweise kann der Energieverbrauch zudem um bis zu 70 Prozent gesenkt werden. Ich würde sagen, dass die Elektromobilität seine Kinderschuhe mal ausgezogen hat und die E-Mobilität oder die E-Fahrzeuge, die jetzt am Markt sind, Marktreife erreicht haben. Es ist so, dass wir in Österreich immer schon in Richtung Grün und grüne Mobilität waren und hier ist jetzt der nächste Schritt. Wir müssen ganz einfach für unsere Umwelt was tun. Wir bieten beispielsweise bei Renault Fahrzeuge an, die alltagstauglich sind. Das heißt, unsere Fahrzeuge bieten den Alltagskomfort an, wie bei jedem anderen Fahrzeug und auch die Sicherheit. Und sie sind erschwinglich. Und was erwarten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Elektromobilität? Dass es für die Umwelt einfach besser ist. Es muss natürlich noch ein bisschen entwickelt werden, dass die Autos schneller werden, eine größere Reichweite haben. Jetzt fährt gerade einer weg. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass es sehr leise ist. Ich finde natürlich den Umweltgedanken, der steht an erster Stelle für mich. Und ja, ich bin einfach gespannt, was ist der Unterschied beim Fahren? Merkt man einen oder nicht? Und auch das Fahrgefühl lässt keine Fragen offen. Dieses ansatzlose Gas geben und diese Kompression, die dich dann doch sehr überrascht, weil da gibt es ja natürlich, das ist ein stufenloser Antrieb, da drückt es den in den Polenstern hinein. Und man denkt sich, okay, ich höre zwar nichts, aber ich fahre schon. Also es ist wirklich beeindruckend. Andere wiederum zeigen sich von der Technik und den technischen Möglichkeiten der Fahrzeuge begeistert. Zum einen einmal interessiert mich Elektromobilität, weil ich mich für technische Neuerungen generell interessiere, weil ich gern nach vorne denke und fasziniert davon bin, was Forschung möglich macht. Und dann gibt es einen ganz praktischen Grund auch noch. Ich habe zwei Kinder und hätte gern, dass die in einer halbwegs intakten Umwelt aufwachsen. Und wenn man stehen bleibt, dann ist das meistens ein Rückschritt. Also um halbwegs was zu erhalten, muss man nach vorne schauen. Aber auch dieseits der Gehsteigkante wird die Elektromobilität immer beliebter und nützlicher. Es ist unterschiedlich. Die einen sagen, ich nehme das jetzt nur zum Spaß und ich habe meinen Spaß damit. Die anderen sagen, okay, ich gebe es ins Auto und wenn ich irgendwo hinfahre, dann mache ich die Last Mile damit. Also jeder hat es an anderen nutzen, aber angenommen wird es im Prinzip von allen. Man kann die überall mitnehmen und man kann das schnell einpacken und dann schnell mit in die Wohnung nehmen. Je nachdem, was für ein Gerät wir jetzt gerade reden. Abschließend waren sich alle Teilnehmer einig. Die Zukunft liegt in der Elektromobilität. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.